Gibt es Hinweise auf eine politische Motivation der Tat? Nein, keine fremden, feinlichen Parolen oder sowas. Falls du das meinst. Richard hat sich doch bestimmt gefreut, oder? Worüber? Du musst doch jetzt wieder zu Hause. Nein, ich habe mir erst mal ein hübsches Zimmer genommen. Wie lange sollen wir denn noch warten? Er kommt sicher gleich. Siehst du? Paula. Ich recherchiere gerade für eine Reportage zum Thema Flucht und Asyl. Deshalb wohne ich seit ein paar Tagen im Flüchtlingsheim unter dem Namen Paula Ivanchuk. Gut, Frau Ivanchuk. Dann erzählen Sie uns bitte mal was zum Opfer. Sorry, noch nie gesehen. Sicher? Ja, wieso? Weil sie deine Visitenkarte bei sich hatte. Echt? Die hat sie nicht von mir. Darina Radenkova. Kam vor einem halben Jahr aus der Ukraine. Sollte vor drei Wochen abgeschoben werden und war seitdem untergetaucht. Dann ist sie einer der Flüchtigen? Ja, die, die sich verstecken, um eben nicht abgeschoben zu werden. Naja, ist an sich nichts Ungewöhnliches. Kommt schon immer wieder mal vor, nur... Was nur? Nur, dass es in den letzten Monaten immer mehr geworden sind. Ich weiß aber noch nicht, ob das was zu bedeuten hat.